Nach nur 13 Monaten Bauzeit wurde mit rund 700 geladenen Gästen doppelt gefeiert. 50 Jahre MaxiMarkt und die Eröffnung des modernsten Familienmarkt Österreichs in Ried. Es ist für den Wirtschaftsstandort Oberösterreich natürlich ganz außergewöhnlich, dass wir solche Partner haben. Man muss sich vorstellen, alleine in Ried haben die in den letzten Jahren über 100 Millionen investiert. Hier in diesem MaxiMarkt waren es 26 Millionen. Es ist mit Sicherheit ein Vorzeigemarkt, aber der nächste MaxiMarkt, der nächste Interspar wird wieder anders ausschauen. Natürlich auf derselben Basis, aber wir wollen, dass jeder Markt noch besser wird wie der hervorgehende. Natürlich haben wir die Marke MaxiMarkt selbstständig und eigenständig belassen, aber es kommt einfach diese wunderbare gegenseitige Befruchtung dazu. 55.000 verschiedene regionale und internationale Genüsse der gesamten Welt werden angeboten. Im Vordergrund steht die regionale Vielfalt, die beeindruckt. Der neue MaxiMarkt in Ried ist speziell für die Innenviertler gebaut worden. Und ich darf ein Highlight verraten, das ist ganz sicher unsere Innenviertler Knödelküche, wo vor den Augen des Kunden handgedreht Innenviertler Knödel hergestellt werden. Und ich glaube, das ist auch das Wesen von MaxiMarkt, dass wir in unserer DNA die Regionalität verankert haben. Morgen werden uns hoffentlich die Kunden stürmen, werden sich hoffentlich begeistern können für das, was wir hier geschaffen haben und ganz dauerhafte Beziehungen mit uns eingehen. Auf das freuen wir uns am allermeisten. Eine hauseigene Fischräucherei, eine Backstube, insgesamt 5000 Quadratmeter Verkaufsfläche sowie 348 Gratis-Backplätze stehen den Kunden zur Verfügung. Das Highlight hier ist absolut dieser frische Marktplatz. Wenn man hier in die Tiefe schaut, die schöne Präsentation, das ist eigentlich das wirkliche Juwel und das Zuckerstückerl hier drin. Es ist ein Traum, wenn man so eine Architektur machen kann. Der MaxiMarkt ist herinnen und präsentiert sich so, wie man sieht. Es ist ein Traum für uns. Es ist einfach in jedem einzelnen Detail wirklich sehr schön ausgeführt worden. Es ist ein architektonisch-städtebaulich wertvolles Leuchtturmprojekt, mit dem die Stadt Ried fast ein neues Wahrzeichen bekommen hat. MaxiMarkt Ried beschäftigt 160 Mitarbeiter und drei Lehrlinge. Er ist der Familienmarkt, der keine Wünsche offen lässt.